Hallo zusammen und willkommen. Wir, also ich und Lenny, bauen heute einen PC für Lennys Stiefvater, denn er hat mir gerade bei meiner neuen Köche geholfen und ich möchte Ihnen zusammen mit Lenny eine kleine Freude machen, eine Überraschung machen. Und warum ist er wie so? Das erzählt euch Lenny jetzt noch ein bisschen im Detail. Mein Stiefvater und ich haben einfach mega coole Sachen zusammen gemacht, Reisen, aber auch Sachen gebaut, Möbel für mich und so weiter. Und da wird auch in Zukunft noch einiges passieren. Wir sind gerade dabei, meinen neuen Schreibtisch zu konzipieren und vielleicht sehen wir den ja in einem späteren Video auch mal. Ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken und bin super froh, dass wir die Möglichkeit haben, so ein Geschenk zu machen. Der aktuelle Computer von meinem Stiefvater ist einfach nicht mehr auf der Höhe, der war damals schon an der unteren Grenze der Rechenleistung, die man vielleicht so bräuchte. Und es schreit einfach nach einem Upgrade. Es läuft immer noch Windows 7 auf der Gurke. Also ich freue mich riesig, dass wir ihm das Upgrade verschaffen können und wünsche euch einfach viel Spaß mit dem Video. Damit ist ja schon vieles gesagt. Ganz wichtig, das ganze Projekt ist offiziell powered by Cooler Master. Die Jungs von Cooler Master haben mir einiges rübergeschickt, darunter auch die passende Peripherie. Die schauen wir uns gleich noch an. Aber ansonsten würde ich sagen, lasst uns das gute Stück als Überraschung für Kai zusammenbauen. Und wenn alles klappt, wird auch hier noch gleich im Video zu sehen sein bei der Übergabe. Los geht's! Starten wir mit dem Case, das Cooler Master H100. Das hatte ich euch bereits vorgestellt. Das Video ist hier oben irgendwo verlinkt. Und ja, warum dieses Case? Andererseits, weil es schön kompakt ist, weil das Ganze nicht viel Platz in Anspruch nimmt. Zum Beispiel im Schrank oder auf dem Schrank oder auf dem Schreibtisch, whatever. Und es gibt eine sehr gute Kühlung durch den großen Lüfter in der Front. Und so, der PC soll ja für Multimedia und Office sein. Und das ist einfach der Einsatzbereich einer Core i3-CPU. Natürlich ginge auch Ryzen, aber das Mainboard war da. Die CPU war sehr günstig. Und deswegen haben wir uns für Intel entschieden. Auch deswegen, weil einfach die neue Plattform noch nicht da war, beziehungsweise sie jetzt noch relativ teuer ist. Wir nutzen den i3-9100 mit integrierter Intel GPU, da wir auf eine DDZ-Grafikkarte verzichten. Wir nutzen außerdem ein einziges Modul DDR4 von G-Skill aus der EGIS-Serie mit 2400 MHz. Mehr bringt bei dem i3 einfach nicht. Es geht auch technisch nicht anders. Und sozusagen ist das das kleine Kraftpaket dann in dem Cooler Master H100. Dass dieser CPU-Kühler der absolut Müll ist, brauche ich nicht weiter erklären. Deswegen setzen wir auf den neuen G200P Master Air von Cooler Master mit RGB. Aber ich weiß, Kai möchte es möglichst schlicht haben. Deswegen lassen wir RGB einfach aus. Ab trotzdem ein schöner kleiner Small Form Factor Low Profile Kühler. Und für den i3 mehr als ausreichend. Ich bin gespannt, wie das sich verbauen lässt und was er kann. Laut der Beschreibung machst du Folie ab. Habe ich schon, wie du siehst. Jetzt mache ich noch die Wärmeleitpaste drauf. Die liegt natürlich bei. So, das reicht hier vollkommen aus. Und dann soll dieses gute Stück, hat übrigens zwei Heatpipes, sieht man ganz gut durch. Und dann soll dieses gute Stück jetzt auf diese vorbereitete Geschichte draufgelegt werden. Und dann damit festgeschraubt werden. Der ultimative Trick ist es, beim Einbau des Cases nicht so vorzugehen, wie es das Handbuch beschreibt. Sondern, so wie ich es sage, ganz einfach. Und zwar einerseits die Kabel schon mal so zu verlegen, wie man sie irgendwie braucht. Aufgrund der Anschlüsse auf dem Mainboard. Und viele Anschlüsse, zum Beispiel wenn sie halt so liegen, wie sie jetzt liegen. Also zum Beispiel Frontpanel unten oder auch Lüfter an der Seite. Lüfter können bereits unter das Mainboard versteckt werden. Und das macht das Ganze dann auf jeden Fall später, wenn man das Loch findet. Denn hier drin ist nicht viel Platz. Nice! Für Kabelmanagement, ein bisschen kann man auf jeden Fall was regeln, aber nicht allzu viel. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, haltet euch erneut nicht an die Anleitung. Denn die Kulermaster-Jungs sind der Ansicht, man sollte das Netzteil mit dem Lüfter nach unten zeigen lassen. Somit würde dem CPU-Kühler sämtliche Luft genommen werden. Und somit hättet ihr Tendenz sehr höhere CPU-Temperaturen. Mein Tipp ist es, ganz einfach das Netzteil zu drehen. Sodass das Netzteil, wie in einem ganz normalen PC-Gehäuse, einen eigenen Kühlkreislauf hat und über das Seitenteil die Luft anzieht. Ja, meine Freunde, das Ding ist soweit fertig. Fertig allzu viel zu zeigen gab es ja natürlich jetzt nicht, ist ja auch nicht sonderlich viel Hardware gewesen. Und die Hardware, die da ist, die ist ja relativ klein. Und so ist dieser PC jetzt auch schon sozusagen fertig. Ich habe noch ein bisschen Kabelmanagement betrieben und eine 240 GB SATA-SSD verbaut von Crucial. Die war noch da. Und bevor sie irgendwie staubig wird, hat sie hier bei Kai in seinem PC eine deutlich sinnvollere Position gefunden, würde ich sagen. Wie zu Beginn bereits erzählt, hat Kulermaster sich nicht lumpen lassen. Und es gibt auch noch das komplette Pair-Free-Bandle mit dazu. Darunter das MP510 Small Mousepad und eine MM711 Mouse. Und das Ganze wird abgerundet durch die, finde ich, zumindest sehr, sehr schöne Kulermaster SK650 Tastatur. Superschön. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich mir die auch direkt zu meinem Setup gönne. Aber dachte ich mir, naja, ich habe ja schon was Geiles. Deswegen, das geht auf jeden Fall an Kai. Und ich bin jetzt super gespannt, ob die Überraschung klappt, wie er reagieren wird. Und ob das auch mit meinem Plan so funktioniert, ihn jetzt hier sozusagen reinzulotsen. Und zu sagen, das mache ich. Schau doch mal. Und da habe ich hier mein Studio eingerichtet. Ja, ja, das hat er schon. Genau, und dann stehe ich hier sozusagen in der Regel. Kamera ist halt immer dann so an. Erzähle ich. Letztens diesen kleinen PC gebaut. Was hast du für einen? Irgendwas. Ich glaube, Lenny hat mal... So ein Kompakt-Ding. Genau, Lenny hat mal gesagt, irgendwie so was... Alles in eins, PC mit Monitor zusammen. Alles im Monitor drin. Hat er gesagt, ist langsam. Schon. Lenny und ich haben uns Folgendes überlegt. Ja. Das ist auch ein schoner PC, das ist richtig. Mit viel Bling-Bling und so. Ja, das ist wichtig. Nee, Lenny und ich haben uns überlegt, einmal als Dankeschön von mir für die Hilfe in der Küche. Und Lenny hat gesagt, einmal als Dankeschön für die Hilfe, die du Lenny zukommen hast. Wunderbar. Und auch die, ja sozusagen, den Urlaub, den ihr letztes hattet. Haben wir gesagt, wir tun uns zusammen. Okay. Und zusammen mit diesem Hersteller, das ist Cooler Master, der sitzt in Holland. Bin ich jetzt im Fernsehen für das Gefilmt? Vielleicht. Zusammen schenken wir dir diesen neuen PC. Na ernst? Inklusive passendes Zubehör. Maus, Tastatur, Mauspad. Macht keine Witze. Doch. Das sieht teuer aus. Das kommt von Herzen. Und das möchten wir dir hiermit sozusagen überreichen. Kann ich damit zum Mund fliegen? Was ist das? Wir haben uns überlegt, du hast einen All-in-One-PC. Er ist kompakt. Damit kannst du ihn hinstellen, wo du möchtest. Okay. Und du hast alles drin, was du brauchst. Sprechst du machst Office-Sachen, ein bisschen Musik und Videos gucken. Dafür hat er viermal so viel Leistung. Ist zukunftssicher. Alles hat viermal so viel Leistung wie meine Möhre. Zukunftssicher. Bei Bedarf, wenn du sagst, du möchtest später mal ein bisschen Spiele spielen. Auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht vorstellen kannst, kann man noch eine Grafikkarte einbauen. Und dann kannst du auch schon direkt losgehen in die Spielewelt. Abgefahren. Geil, danke. Ja, sehr gerne. Und einmal komplette Tastatur, Maus und Mausbett dazu. Aber die Farben kann ich ja noch an, oder? Natürlich. Und wenn du sagst, du möchtest keine Farben, kannst du sie auch ausmalen. Super schnell. Windows ist fertig drauf installiert. Office kümmert sich Lenny jetzt noch die Tage drum. Windows 10. Das neueste vom neuesten. 7 war schon schnell. Ja, und 10 ist Rakete. Und ja, das ist unser Geschenk an dich. Unfassbar. Ich bin mal angedrückt. Und auch gerade dankbar. Das ist schön. Das freut uns. Guckst du. Das ist alles dazu. Verpackung, damit das gute Stück nicht irgendwie auf dem Weg Kratzer bekommt. Ich habe ja auch noch eine Kleppkiste. Und gesamtlichen Kabel. Ich frage jetzt nicht, was das kostet. Ich habe es gar nicht im Kopf, hätte ich gesagt. Ne, da passt das Rack wahrscheinlich gar nicht rein. Ich bin echt beeindruckt. Muss ich auch gleich vorstreckt aufs Klo. Dann muss ich vorhin schon. Freut mich. Ja, ich freue mich sehr. Also, geile Sache. Sehr schön. Jo, Freunde. Hat geklappt? Bis die Tage. Ciao.